Willkommen bei AI-Tipps und Tricks. Ich bin Alper und heute zeige ich euch, wie ihr auf eurem OnePlus 9 5G verhindern könnt, dass euch anonyme Anrufer nerven. Denn, ich glaube, das ist uns allen schon mal passiert. Ein Anrufer ruft an, anonyme Rufnummer und entweder es ist ein Verkäufer, es ist ein Vertriebler, es ist jemand, der uns reinlegen will oder irgendwelche Scherze machen will oder irgendwas. Ich persönlich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand mit einer anonymen Anrufnummer mich in letzter Zeit angerufen hat und gesagt hat, okay, es ist irgendwas Wichtiges oder sowas. Im Zweifel soll die Person das einfach dann nochmal machen, indem sie ihre Rufnummer zeigen. Ich blockiere alle anonymen Anrufer. Wie ihr das hier auf eurem OnePlus 9 5G machen könnt, zeige ich euch jetzt. Das ist relativ einfach. Und zwar geht ihr einmal hier auf das Telefonsymbol und dann geht ihr rechts oben auf diese drei Punkte und geht dann auf Einstellungen. Bei den Einstellungen habt ihr hier relativ viele Optionen und für uns ist diese Option wichtig, blockierte Nummern. Und hier habt ihr auch schon den Punkt. Unbekannt. Anrufe von nicht identifizierten Anrufern blockieren. Ich schalte das jetzt ein und das bedeutet, du erhältst von blockierten Nummern keine Anrufe oder SMS. Man kann natürlich auch das Unbekannt rausnehmen und man kann jetzt hier einfach eine Nummer hinzufügen, eine Nummer, die einen vielleicht in der Vergangenheit einfach schon mal genervt hat oder so. Und dann trägt man hier einfach die Nummer ein und dann passiert das dort genauso. Wir wollen aber jetzt hier explizit anonyme Anrufer einfach blockieren. Deswegen sagen wir hier bei Unbekannt und Anruf von nicht identifizierten Anrufern blockieren. Und was bedeutet das für den Anrufer? Der Anrufer bekommt direkt ein Besetzzeichen. Er kommt also gar nicht durch. Er kann es also noch ganz, ganz oft probieren. Und wenn er dann irgendwann seine Rufnummer wieder zeigt, dann kann er es nochmal probieren und dann kommt er dann im Zweifel auch durch. Ja, so einfach ist das, auf eurem OnePlus 9 5G anonyme Anrufer zu blockieren. Wenn euch das Video geholfen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt uns diese Fragen auch in den Kommentaren. Wir versuchen so viel wie möglich davon zu beantworten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.